Ja, wir sind hier in den Eisenerzer Alpen und wir trainieren ein bisschen, ein bisschen Muckis kriegen, Muskeln, für was denn, Andreas, Bad Andreas? Für diese Bergwoche, Ende August, letzte Augustwoche, im Ötztal, hauptsächlich, weil in Telfs und von dort aus im Ötztal und so ein bisschen herum. Genau, wir begleiten die spirituelle Bergwoche Mardenspire 2 und da haben wir natürlich tolle Bergziele. Wir haben den Seefelder Klettersteig im Programm und gehen dann auch in das hinterste Ötztal, gehen auf die Martin-Busch-Hütte und besteigen die 3400 Meter hohe Kreuzspitze. Und da ist ein wunderbarer Ausblick. Was gibt es noch zum Programm zu sagen? Es wird natürlich nicht nur bloß ein sportliches Ereignis, sondern glaube ich einfach ein Gemeinschaftsereignis. Natürlich, wir bewundern die Schöpfung, die herrliche Natur. Sie wird uns auch einladen, dass wir gemeinsam vielleicht singen, beten, Gottesdienst feiern, einfach auch so miteinander eine Gruppe werden. Und ich freue mich riesig auf diese Woche und wir wünschen euch alles Gute. Liebe Grüße aus der Steiermark! Untertitelung des ZDF, 2020